. . . . . . . Oh, Chris, hast du Knoblauch gegessen? Nö. Oh, du stinkst aus dem Mund nach Zwiebeln. Was hast du gegessen? Ich hab auch noch gar nichts mit Zwiebeln gegessen. Was hast du heute gegessen? . . 163 173 173 173 173 18 18 18 18 18 18 19 19 18 19 19 19 19 20 19 20 20 Das ist ein Wettkampf, die machen das alles so. So, der Damm, jetzt hast du die Disziplin gekämpft. Das ist ein Wettkampf, das wir geschafft haben. Fast, ja, das ist meine Disziplin, Schnelligkeit, Fachwurz. Ja, gibt es noch vier Disziplinen. Und, werden wir sehen, gibt es jetzt da irgendeine Disziplin, was da besonders liegt noch?